äh, von der Knopf AHHHHHHHHH AHHHHH Oh, ja willkommen meine Freunde bei Cybeer Games Wie ihr seht bin ich schon tot TAUT Wo ist denn ihr da? Verdun ist das nämlich das Nachspiel von Battlefield 1, weil zuerst wurde Battlefield 1 und danach kam Verdun. Natürlich sieht Verdun natürlich viel besser aus. Es ist ruhiger, besonnener, manchmal auch übler. Übler? Okay, wo bist du? Ah, da ist der Sai! Hallo Sai! Oh, da ist mein alter Körper. Ah, tot! Ich lege hier! Oh, scheiß! Oh man, heute sind wir der Trupp die Dry Mushies! Ihr Fisch, schade bei euren Mind! So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ich hab keine Ahnung, wie wir vorankommen. Okay, da vorne ist einer tot. Was ist das denn hier? Ja, wir sollten die Na wohl! Los, 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 los! Go go go! Der läuft der Sai! Hey, wir haben noch zwei, komm zu den Drei-Mushies! Oh, nee. Wer schießt hier? Wer schießt hier? Wer schießt hier? Irgendeiner, warte, warte, warte. Alter, Alter, Alter. Oh, scheiße, Mann. Was macht der Otto da? Ich bin hinter dir. Oh, Gas! Gas? Dieser blöde Otto, der steht immer immer im Weg da. Alter, pass auf! Links oben! Berg! Links? Was? Da, wo ich hinschieße. Oh! Scheiße, Mann. Nachladen, du Dreckstvieh. Oh, Bomben! Oh, Bomben! Neben dir liegt Otto, pass auf! Oh, Bomben! Oh, Bomben! Rein mit dir, rein mit dir! Oh, Bomben! Oh, Bomben! Oh, Bomben! Wasserstacheldraht, Alter. Hab ich die Ganaten? Ah, ich bin tot! What the fuck? Von Zackboch! Oh, Bomben! Oh, Bomben! Oh, Bomben! Hans Groover! Was sind wir eigentlich hier für eine Nationalität gerade? Ich bin Spanier. Keine Ahnung. Okay. Waren die Spanier schon mal gewesen? Ich glaube, keine Spanier sind hier. Ei, ei, ei! Die Amerikaner! Oh, verdammte Kacke! Oh, 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 oh! Okay, los geht's. Verwandle ich mich in... Gasmask Man! Oh Gott! Holy crap, bitch! Oh Gott! Oh Gott! So richtig spannend! Komm raus, komm raus! Oh, 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 EA! Komm, komm, komm! Ich bin tot, Mann! Komm, 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 ich bin tot! Mal nach dem anderen! Achso! Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich seh Otto. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot. Du bist tot? Ich bin im Feuersturm gestorben. Ok, jetzt konzentriert. Konzentration. Let's keep on rolling. Ich bin tot, Mann. Ja, Kofshaws, Mann. Was ist bei dir drin? Ne gleich, ich muss kurz nachladen Gleich kommen die Bomben, gleich kommen die Bomben Oh da kommen sie Lauf Horace, lauf rein Gib dir linke Seite Deckung Oh nein Bist du mich gerade erschossen? Nein Hab ich nicht gerade erschossen? Nein, hab ich nicht Nein, 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 nein Die sterben hier wie die Fliegen, Alter Kann man das hier benutzen? Kann man das benutzen? Nee, kann man nicht benutzen Nein, kann man nicht Wo ist der? Ich bin hinter dir Hallo Hallo Was machst du denn hier? Erster Weltkrieg, oder? Der betet Oh, wir müssen ja hierbleiben wieder Okay Pass auf Verdammte Scheiße, falscher Mann Oh, der ist tot Oh, pass auf Was? Was? Bomben Was ist los? Oh, ich war Sissi Rechte Seite hatch Feuer auf die Quallente Feuer auf diese matching Feuer auf diese Qualldinge Berge Mann Boh, ich bin die Offiziere, Alter das ist schon hinüber hier oder was ist denn das hier oder nicht oder der ist tot ich brauche Hilfe es ruckelt du hast überlebt ich weiß manchmal nicht wer freund und fein ist, jeder will mir hier ans leben ans leben oh mein Gott, das ist krass, sind nachgeschoben ach, Stachelnacht Hey, der guckt an, da ist die kleine Was? Ich seh keine, Mann Wo, bei dir? Lauf, 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 jung Ey, die Säcke Ey Ey Ich muss mal dringend nachladen Ich bin da Ich bin der Base Ich bin der Ace of Base Die Ace of Base? Ey, wo lang? Achso, da lang Sind wir schon drin? Hinter dir Du hast gar kein Gewehr bei mir Boah, dein Nacken, Alter, ist voller Blut, Alter Bist du Rambo, oder was? Ja Oh, wow, wow, wow Hatsch mir mal vor Ich will nicht Ich lade nach Ich will nicht hier sein Ja, ja, dann würde ich sagen, schalten wir gerade aus und machen dann die nächste Folge. Alles klar Freunde, dann bis später. Tots!